Hallo, ich bin Kevin. Dennis. Willst du in die Küppe? Ey, Ritze, beeile dich mal ein bisschen. Hey, ich hab das Clou für dich gerade noch mal richtig schön vollgeschissen. Jetzt möchtest du gleich wieder Blitzplan sauber haben. Hey, Neuer. Hey, sag mal, hast du keine Manieren? Beweg mal deinen kleinen Arsch hier und stell dir das bei deinen neuen Nachbarn vor. So wie sich das gehört. Sag mal, wie lange bist du eigentlich nicht mehr gefickt worden? Fick dich doch selbst. Was hab ich da eben gehört? Nichts. Du glaubst, du kannst mich hier verarschen. Dann kriegst du ganz großen Ärger mit mir. Aber ganz großen. Die Regeln hier sind ganz einfach. Es wird gemacht, was ich sage. Basta! Also halt dich am besten dran, wenn dir was an der hübschen kleinen Fresse riecht. Komm, Chef, das reicht fürs Erste. Hey, Alter. Lebst du noch? Riecht. Riecht. Bekerman. Bekerman. Untertitelung des ZDF, 2020